Gefühlt jeder probiert gerade diese L'Oreal Paris Matte Resistance Lippenstifte, weswegen ich zum Drückeriemarkt gerannt bin. Wir testen sie mal aus, warum sie im Trend sind. Es gibt insgesamt 12 Shades, ich habe mir 3 Shades geholt. So, jetzt probieren wir sie mal aus. Man kann damit so präzise arbeiten, wegen der Spitze. Man braucht gar keinen Lip Liner. Die Farbe ist so intensiv. Ich verstehe jetzt, warum die so im Trend sind. Die ist so ein bisschen bräunlicher. Natürlich, und er hält den ganzen Tag. Und ich wollte noch testen, ob der Lippenstift nach einer großen Portion Rahm bleibt. Der sitzt wie eine Eins. Er rennt in die Drückeriemärkte.